Kommen wir zurück im waffen Bodenweiß. Hier wo der Kuhpark ist. Hier ist der Bahnhof im Kuhpark. Und da vorne ist das Wirtschaft Adam. Und da gehen wir jetzt essen. Jetzt kann man sehr schön Urlaub machen. Jetzt bin ich hier im Restaurant, im Restaurant Adam Breu, hier an Bodenweiß. Und wenn wir das essen können, in Beischenwald. Wunderschön. Jetzt kommt die Pimmelbahn. Jetzt sehen wir alles gut. Wir sind hier neben der Kuhpark und Bahnhof. Und Pimmelbahnstationen, das sind hier drin. Und Bushallestelle. Und nächstes auch das Freibad. Vielleicht da hinten. Und das Aktivkotel zum ABA, wo ich Urlaub war. Vor einem Monat das sein wollte. Ich stelle mir das. Bayerwaldschüssel, Vanitas, Schweineschlüssel. Mit Ramm, Schwammel, Käse überbacken. Und mit Pommes. Das ist alles so. Also bis jetzt kenne ich Sachen. Die Bedienung ist sehr nett und freundlich. Und ich trinke dann Coca-Cola und Salz. Prost. Ja. Dann noch so eine Soße dazugegeben. Gewürztsoße für den Salat. Äh. Köpfchen. Das ist eine Bayer-Schlüssel. Schaut auch gut aus, oder? Wahnsinn. Sieht gut aus. Ich beköpfchen noch. Sehr gut. So Leute, ich genieße jetzt meine Bayer-Schlüssel hier. Es hat sehr lecker aus. Und jetzt genieße ich mir. Ich gönne mir das. Es ist over and out. Sieht sehr lecker aus. Sehr gut. Es war sehr lecker. Jetzt esse ich das Fleisch. So, jetzt noch Bieres. Nice. Mmh. Sehr lecker. So, wir essen. Habt schon vorhin hören. Ein Alarmköpf von dem Nachbarort. Also Nachbar der Bote. Jetzt geht's gleich hier. Das Feuer ist hier losgegangen. Beim Essen. Kommt gleich die Feuerwehr. Ja. Jetzt kommt noch mehr. Und noch mehr herkomme. Haha, Bier bekommen die. Also Feuerwehransatz. In dem Bodenmalz. Ein Kasten Bier. War nur Fehralarm. Oder sowas. Im Kasten Bier kommen, war nur ein Fehralarm. Oder gucken noch durch. Oder gucken noch durch. An so einem Glück nichts passiert. Und da essen wir gerade. Wahrscheinlich nur Fehralarm. Also das Essen war sehr gut, sehr lecker. Kann ich euch empfehlen. Auch wenn jetzt hier die Feuerwehr gekommen ist. Weil ja das Feuerwehransatz gekommen ist. Wie es auch drüben. Hat ein Bierkast Bier gekommen. Keine Ahnung. Vielleicht Fehralarm. Keine Ahnung. Schaut noch nach. Und trotzdem ist das Essen hier sehr gut. Essen sehr gut bei Nathan. Sehr empfehlen. Sehr, sehr gut. Dann vielleicht danke für das Zuschaufsansatz an. Ganz bald wieder. Schönen Tag. Schöne Woche. Egal ob Schule oder Arbeit. Das wisst ihr. Klicken, liken, abonnieren. Ja. Klicken, liken, abonnieren. Und klokatieren. Bis zum nächsten Mal. Die YouTuber-Damen draußen. Witzburg. Das ist das Game Over. Ciao, 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 ciao. Feierabend, fährt weg. Hatte mal. Das war der Vertrag. Da ist noch Fehralarm. Für Glück noch Fehralarm. Bis es ausschaut.